Ja und so mit herzlich willkommen zurück zu... K.O.R.O.P. Okay, wir haben jetzt eine neue DNS. Wir können einen zweiten Greif-Tentakel machen. Was auch immer uns das bringen soll... ...oder wird... ...I don't know. Zumindest jetzt gerade noch nicht. Okay, hier gibt es keinen anderen Weg. Der hilft uns ja wahrscheinlich auch nicht. Bei der anderen Stelle, wo ich ja nicht weiterkam. In der letzten Folge. Kurz speichern wieder. Was soll uns das bringen? Zweite Greif-Tentakel. Ich bin ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Scheiss. Was soll uns das machen sollen? Ich habe sie gehört. Jetzt ist auch nicht so. Was soll uns das machen? Gibt es? Geist. 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 War das da unten? Ne. Und da habe ich doch den zweiten. Das ist doch verwirrend hier alles. Ich laufe da im Kreis. Uranmine. Ich laufe da echt im Kreis. Wie komme ich zurück? Ich bin jetzt so verwirrt. Sorry. Hier war ich etwa schon zehnmal. Militärschrottplatz. Oh, wait. Wird das hin? Mülldeponie. Gibt es denn hier noch irgendwas? Was fehlt? Und was ich erst jetzt kann. Wow. Danke dafür. Einmal im Kreis für nix. No. No. Come on. Ne, schon wieder. Ah, shit. Okay, da war auch nix. Da wurde ich laufen. Das ist der Ausgang. Das ist hier links. Da kamen wir. Wo geht's da hin? Okay, nirgends. Spannendes. Hier ist gar nix. Das ist echt mittelweise so verwirrend hier alles. Hineinquetschen. Wo geht das hin? Wo geht's hin? Wie geht's hin? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Okay, ich quetsche mich wahrscheinlich da drüben mal rein. Zum Schauen, wo das hingeht. Okay, wir haben die Teleshop-Platz da. Waren wir da gerade? Junge. Das Game. Ich komme nicht mehr darauf klar, wo müssen wir hin. Was muss man machen? Wo geht es lang? Dann doch vielleicht hier runter. Nope, das bringt uns gar nichts. Ich will doch nur irgendwie hier raus. Wie wird das hin? Okay, da hin. Ich gehe halt davon aus, dass wir eigentlich wieder auf die Oberfläche müssen. Deswegen versuche ich ja eigentlich irgendwie nach oben zu kommen. Aber die Frage ist wo. Danke für nix. Ich gehe jetzt hier bitte raus. Ich gehe jetzt hier raus. Sag mir doch bitte einfach, was ist das? Einmal, ja. Okay, da müssen wir lang. War ich hier noch nie? Das ist die große Frage. Und ich muss mich irgendwie irgendwo aufladen. Elektrisch aufladen. Elektrisch aufladen. Okay, hier geht das. Und dann kommt es ein Biomasseplatz hier. Und dann da hoch. Und ich glaube hier. Hier. Kann das sein? Noo. Okay, das ist... Völlige Scheiße, was hier hier ist. Weiß Unwichtiges. Oh Mann ey. Wo geht's lang? Was muss ich machen? Sorry, das ist ein F-P-Rat selber. Ich nicht weiss, wo ich lang muss. Das bringt auch nix. Das bringt auch nix. Junge, Junge. Das ist echt nervig. Okay, hier komme ich gar nicht mehr zurück. Theoretisch hätte ich eigentlich gesagt, Man würde... Okay, da links gibt's halt noch was. Aber wie komme ich da hin? Man würde irgendwie... ganz im Ausgang kommen, wenn man... den Exit-Schildern folgt. Aber das ist ja irgendwie doch nicht ganz der Fall. Das ist... so ein Labyrinth hier. Unglaublich. ... ... Wir sind hier... Ne, hier geht's nirgends nach links. Ich habe echt keine Ahnung. Wohin ich muss. Was ich machen muss. I don't know. Oder warte. Hier gibt es ja niemanden zum kontrollieren. Oh, no! No. Hm. Das ist so witzig. Das ist ja die schlimmste Folge aller Zeiten. Zerstört 100%. Zerstört 100%. Da bin ich auch schon irgendwann mal durchgerusht. Hier gab es glaube ich nichts mehr. Gar nichts. Und überall ist das alles zu. Wo ich hin könnte ist alles zu. Aber so komisch. Oh Mann ey. Das eigentlich sieht man ja wo es weitergehen würde. Theoretisch. Aber wenn natürlich alles zu ist. Jetzt hat man irgendwo lang. Und das hier ist einfach bloß eine Schlaufe. Die wieder hier hin zurückkehrt. Danke, danke. Das ist jetzt wirklich ein doofer Abschnitt des Spiels. Sorry. Aber nee. Jetzt sind wir gleich wieder hier. Wo es nicht weitergeht. Und jetzt ist irgendwie alles verloren. Das kommt mir zumindest so vor. Hier drin ist gar nichts. Mann ey. Was ist das nervig. Uranmine. Da waren wir schon tausendmal. Da waren wir auch schon tausendmal. Und alles zu 100% zerstört. Zumindest die beiden. Da kann ich ja nichts machen. Bei diesen Dingen. Die muss ich von aussen wegdrücken. So von innen. So. So. Wie kommt man eigentlich mit dem Lein zurück? Ich bin gerade so aufgeschmissen. Eine Karte gibt es nicht. Ne, natürlich nicht. Wieso sollte es auch eine Karte geben? Ist ja nichts, was mega hilfreich wäre. Oder wenigstens irgendwie einen Hinweisschild, wo man hin muss. Okay, da waren wir schon länger nicht mehr. Oder noch gar nicht. Doch. Aber ich bin von der anderen Seite reingekommen. Naja, egal. Ich würde sagen, das war es wieder hier von... Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Es tut mir leid, als die Folge wirklich so uninteressant war. Vielleicht geht es ja jetzt in der nächsten Folge weiter. Mal schauen, ob ich da irgendwie was finden werde. Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.